Moin Leute, es ist wieder euer Cyboy, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ähm, ja, heute zock ich einfach mal ne Runde, ähm, Roblox Island Reial. Ja, und mit dabei ist der Wallman, der wird dem, der wird dem, der wird dem, im restlichen Video nichts sagen, aber, ja, ähm, sag einfach mal, ja, irgendwas. Moin. Zweimal Moin ist immer gut. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir die Runde auch gleich schon los. Ich muss jetzt mal kurz warten. Im Fall, wenn, das finde ich jetzt nicht so nice, was es hier im Shop gibt, habe ich schon besseres gesehen. Ich habe schon oft versucht Roblox aufzunehmen, es hat aber nicht funktioniert, weil es viel zu, ähm, lang gedauert hat. Und da würde ich sagen, spielen wir auch mal Duo, ich würde sagen, ready. Digga, wir warten jetzt erst mal, bis Wallman auch ready ist. Ja. Bist du bereit, bist du bereit, bist du bereit, bitte, bist du bereit? Ach, das ist da das Balletrail, wenn wir Red machen. So. Oh. Das ist auch immer noch nicht ready. Was ist das, bitte? Mach dich ready, Digga. Äh. Äh. Hallo. Ähm, bist du ready? Bist du ready? Ja, es wird gecheunt, endlich. Mal eine kleine Real-Life-Story am Rande. Heute Morgen bin ich einfach mal ganz gechillt in die Schule mit dem Bus gefahren, wie normal auch. Und ja, ich hab mir eigentlich nichts Schlimmes dabei gesagt, gedacht, ja. Aber vor mir, nein, sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden aus Versehen beleidige. Aber, bitte, falls ihr das seht, hört auf, mir zu nerven. Auf jeden Fall waren da so welche komischen Weiber im Bus, ich nenne sie einfach mal Bitch. Und ja, die haben so aufgeregt, die haben da rumgeschritten, so. Ein Oma wird's, eine alte Oma geht über die Straße und wird überfahren. Das weißt du, weißt du, und das ist noch nicht mal laut genug. Die haben wirklich so. Digga, und noch viel lauter, man. Was ist das? Ja. Jetzt wisst ihr ganz genau, warum ich heute so angepisst bin. Weil ich mich auch so ein bisschen heiser anhöre. Das liegt einfach daran. Und ja, auf jeden Fall ist diesmal die erste Folge mit jemand anderem, den ich so kenne. Auf jeden Fall, ich hab's ja euch versprochen, deswegen kommt jetzt auch mal eine Folge mit dem Wallman. Auch Roblox. Wie sich zum Beispiel so ein Zuschauer von mir gewünscht hat. Und ja, er hat jetzt einen komplett anderen Style vom Skinner als ich. Er hat jetzt... Oh, lol. So, geht die Runde auch schon los. Einfach 1 zu 1's Fortnite. Ich würde sagen, ja. Wo sind wir jetzt ungefähr? Ja, wir kommen da hin. Deswegen würde ich sagen, Tiny Town. Hallo Wallman, kommst du mit? Wallman. Hallo. Okay, er kommt da auch mit. Gut. So. Hoffentlich gewinnen wir auch mal die Runde. Und what the fuck? Wieso lädt der Kleid nicht? Lol, ich verschwebe ja einfach in der Luft. Aber jetzt ist er endlich geladen. Nice. Ich hoffe, ich werde hier nicht verkacken, weil ich eigentlich ein ziemlicher Brobe in dem Spiel bin. Okay, er ist drin. Gut, gut, gut. Lass kurz vor der Bus. Sie interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr im Bus drin, Digga. Hast du irgendeine Waffe für mich oder so? Ah, nein. Ich kann mir eine Wand machen. Wahrscheinlich werde ich es vom Bauen her gar nicht mehr gewöhnt sein. Ich weiß nicht, ob er eine Waffe für mich da hat oder so. Ja, aber auf jeden Fall mal fresh. Wie tue man sich nochmal irgendwie bücken oder? Ach, du Scheiße! Komm her. Ach, du Scheiße, Mann. Ich gehe ein bisschen Whisky. Nicht irgendwie nach Rookie Weas oder ich spiele Whisky. Ich spiele das Kant. Okay, BG. Nein, es geht ja hier auch. So. So. Auf jeden Fall mal nice, mal wieder Roblox aufzunehmen. Zuerst einmal beziehen. Ja, bitte. Weiß, erster Ball. Scheiße. Ist jemand? Ja, okay, ich habe eine gescheite Waffe. Irgendwie, ja, okay. Maschinenpistole, gut. Ach, du Scheiße, danke. Danke, Wallman. Ja, ich habe zwar keine Muni mehr, aber danke, Wallman. Ich bin auf jeden Fall. Der ist hier in echt, ähm, ja, dings. Das ist ja. Ach, nice. Ähm. So. Es entsteht, ach, nice, hier, die erste Kiste in der Aufnahme, und. Oh, ne, SilenZ SMG. Ach, du Scheiße. Die ist epic, nein, die ist nicht epic, die ist eigentlich im richtigen Fortnite echt scheiße. Äh. Nein, die... Brauche ich noch so. Madkit ist auch am Start. Die ist da, Bruder. Hm. Die ist einfach da. Oh, closing in. Okay. Würde ich sagen, in die Zone. Ich fülle ihn in die Zone rein. Hä, wieso leckt's? Was macht der da? Äh, egal. Bisschen Fällen kann nie schaden. So. Sollte mal ein bisschen mich beeilen. Mich auch rechtzeitig in den Sturm kommen. Ich würd sagen, wir gehen irgendwie nach. Was? Shallow's Shore? Was ist das? Ähm. Ach, egal. Ich lauf einfach. So. So ein bisschen Holzgarnetschaden. Mal vorschau, dass man in dem Spiel nur 25 erbaut und nicht 50, wie im normalen, echten Fortnite. Und hoffentlich schafft es wollen wir noch einen Sturm. Brody, gomir, brody, brody, brody. Äh, Digga, Bruder, Bruder. Okay, ich nehme noch kurz mal ein bisschen was vom Lastwagen mit. So. Jetzt sind wir auch gleich schon in, äh, in der Zone. Nice. So. Ihr müsst sich noch ein bisschen beeilen, aber das macht nichts. Tap, tap, tap. Höh. Press, oh, press, oh. Das. Hallo. Ach, keine Ahnung, Mann, wie das geht. Ich werde mal versuchen, mit ihm zu chatten. Aber hier scheint keiner zu sein. Ach, nice. Ergänze ich auch, Kiste. Ich mir auch. Ach, du Scheiße. Ne, Assault. Rifle. Oh, ja. Das wird episch. Das wird episch, Digga. Das wird so richtig episch. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, brauche ich eigentlich hier nichts mehr. Silence könnte er noch gebrauchen. Ich habe sie, ich brauche sie nicht mehr. Ich habe schon eins. So. Ich nehme nochmal kurz ein Biggie mit und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Zone rein. Ja, doch. Hier hat das kurzes Haus. Das kann ich mir noch gönnen. Au. Semi-Auto. Ja, den nehme ich einfach mal mit. Snip kann ich mir immer mal gönnen. Hm. Oh, nee. Du nehme ich lieber die mit. So. Ach, du Scheiße. Kitcon gerade gedacht, der Sturm kommt, aber nein, er kommt nicht. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Auch das sind zu Noobs. Denk ich zumindest mal. Egal, ich sollte mich trotzdem ein bisschen beeilen. Ach, du. Scheiße, jetzt gibt es ein Match. Digga, jetzt gibt es ein Match. Jetzt gibt es ein Match der Giganten. Mein Bruder gegen irgendjemand anders. Boah, ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung hier so geht. Oh, die Noobs. Hm. Die Noob. Das Noobloch. Das Noobloch. Im Noobloch hast du ein riesiges Loch. Hallo. Digga, stirbt doch. Ach, wie süß. Oh, verkämt sich. Das ist nett, süß. Ich finde so welche Leute richtig süß irgendwie. Oh, ich soll schon mal ein bisschen auf die Zone achten. Auf den... Auf die Auge des Sturms achten. Oder wie man es nennen mag. Border whatever. Hallo. Hä, wie sie trefft? Hallo. Ja, ich habe ihn eliminiert, ey. So ein Sack hat er verdient. Ersten Kill auf jeden Fall schon mal hier. In Roblox-Aufnahme. Auf jeden Fall mal nicer, nicer. Ich habe zwar nur gute SMG, aber anders nichts. Damit fortwertet wäre das in dem Fall die B90. Nice. Was? Was ist das? Ne technical, ne tech. Ach, scheiße, scheiße, was? Hä, wo sind die? Ach, da hinten, Mann. Ach nee, nicht schon wie das welche. Ja, okay, ich habe ihn einmal. Mann. Okay, bitte wieder... Nein, nein! Rest in peace, Alter. Du hast meinen Bruder umgebracht. Geht's noch? Hallo? Na, okay. Du wolltest es? Du wolltest es? Jetzt nämlich die Ska und tötet... Baller dich tot. Hm? Komm her. Ach, du scheiße. Ja, genau, okay. GG. Kein Windschade, ja. Da stimme ich dir zu, Brudi. Und ja. Mann, das ist jetzt aber richtig dreckig, da ich die Runde nicht gewohnt habe. Aber, naja. Was soll man machen? So, ciao, Leute. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Lass ein Like und ein Abo da, falls ihr mehr Roblox sehen möchtet. Oder auch, ja, mehr Videos mit dem Wallman. Und ja. Ich würde sagen, das war es für heute. Und ciao!